So, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr reinschaut zu meinem kurzen Überblick über Maximum Apocalypse. Ich bin gerade in Nürnberg bei Floppy, da haben wir jetzt eine Partie gespielt, deswegen, ja, ich werde euch jetzt einen Überblick geben, wie man das Spiel so prinzipiell spielt. Das ist jetzt absolut kein Regelerklärvideo, sondern nur ein Spielgefühleindrucksvideo. Und zwar, ne, der Name sagt das ja schon, Maximum Apocalypse, wir haben verschiedene Formen der Apokalypse, wir haben Roboter, die durchdrehen, alles platt machen, wir haben Zombies, ne, auch ein Klassiker, oder Mutanten, also alle möglichen Formen, es gibt noch, da hinten seht ihr die Erweiterung, da sind noch wahrscheinlich diverse andere Formen der Apokalypse drin, mit irgendwie nochmal neuen Helden, Gegnern, was auch immer. Wir spielen jetzt hier so einen Feuerwehrmann und einen Ganslinger und wir starten hier am Van und wir müssen hier zur Militärbasis kommen. Damit die uns reinlassen, brauchen wir halt Decken und Benzin und so Ersatzteile, das gibt uns hier die Objective-Karte vor, aber der Convoy ist difficulty hard. Das ist jetzt auch quasi die Roboter-Bedrohung, hier steht eben drauf, was wir alles machen müssen, hier liegen so verschiedene Marker auf irgendwelchen Feldern, da gibt es uns auch die Karte vor, wo wir die hinlegen, was passiert, wenn wir die Marker aufdecken und das sind die Map-Tides, die wir haben, die müssen wir uns raussuchen, es gibt noch deutlich mehr davon, ne, das ist immer auf der Rückseite irgendwas drauf, hier zum Beispiel Wüste, dann gibt es eben noch, ne, Tunnel, ein Krankenhaus, ein Flughafen, wie wir die hinlegen, bleibt uns komplett überlassen, ich habe die jetzt einfach mal so hingelegt, wo ich schon gleich angemeckert habe, voll schwer, besser ist, wenn man die einfach alle so in so einen Block hinlegt, aber so hat man gleich ein bisschen Herausforderung, und hier sind auch die Scavengedecks, es gibt hier so Decks von Karten, wo wir auf bestimmten Kartenteilen suchen können, und da ist hier eben festgelegt, was wir da drin finden können, sprich im blauen Deck, da ist halt eben die Chance, dass wir halt Ammo und Gear, also einfach Ausrüstung und Munition finden, relativ hoch, und im grünen können wir halt ganz viel Essen finden, und im roten finden wir halt ganz viel Benzin, um halt irgendwie unser Auto nachtanken zu müssen, oftmals ist es auch so, dass wir halt hier das Auto haben, rumlaufen müssen, Benzin füllen müssen, und dann wieder zurück, was ein bisschen doof ist, man muss sich durch viele Gegner, die spawnen können, kämpfen, wie gesagt, wir müssen jetzt hier zur Militärbasis hin, aber es ist auch eben schön, jeder Charakter hat ein eigenes Deck, also ich spiele den Revolvermann zum Beispiel, den Ganzlinger, nennt ihn zum Beispiel Roland, und der andere Charakter hier ist der Feuerwehrmann, der hat dann auch gleich ein bisschen mehr Leben, der hat 32 Leben, während der Charakter hier 28 Leben hat, ich habe als Spezialfähigkeit Quickdraw, das heißt, ich starte gleich mit einem Revolver ausgerüstet, der auch nichts liegt, ich kann maximal Dinge im Wert von 4 mit mir rumschleppen, wir fangen schon gleich jeder mit 2 hier Fuel an, also Benzin, wir müssen halt insgesamt 6 finden, das heißt, wir brauchen noch 2, wir kriegen aber beim letzten Marker auf jeden Fall das Benzin, aber das ist halt doof, das verbraucht halt immer ein Slot, das heißt, wenn ich gleich noch irgendwelche anderen Gegenstände ausrüste, und ich irgendwann später halt 4 Benzin habe, kann ich nichts anderes mehr haben, außer den Revolver, der kostet halt, verbraucht hier keinen Slot, und wie gesagt, das sind meine Startkarten, die ich am Anfang habe, die habe ich zufällig gezogen, das ist zum Beispiel so ein Ranger Head, da kriege ich einfach 3 Leben wieder und kann meinen Schaden um 1 erhöhen, die Karte hatte ich vorhin noch gar nicht, da kann ich einfach bessere Munition ausspielen, die kann ich auf eine Waffe spielen, und dann macht die einfach mehr Schaden, so lange bis die einmal nachgeladen werden muss, das hier ist ein Focus Shot, damit kann ich 1 Munition ausgeben und statt 2 Schaden 5 Schaden machen, was nämlich cool ist, aber Long Range, das heißt, es gibt hier immer so verschiedene Entfernung zu besichten, Short Range ist quasi mein Feld, Mid Range ist mein Feld und die ist angrenzende, und Long Range sind immer 2 Felder, in gerader Richtung, oder auch dann, ne, diagonal muss ich halt 1, 2 zählen, aber nicht auf meinem eigenen Feld, und auf der Rückseite ist halt der Rundenablauf drauf, und der Rundenablauf ist auch hier zu sehen, das heißt, es geht immer los mit Spawn Monsters, da nehme ich einfach die Würfel hier, werfe die Würfel, habe jetzt ein 5 gewürfelt, und hier seht ihr jetzt zum Beispiel eine 6 drauf, das heißt, habe ich jetzt eine 6 gewürfelt, würde da ein Monster spawnen, ist nicht passiert. Ja, von uns hat auch gleich am Anfang so ein Gegner, er hat so ein Phalanx Robot, er hat einen Robot Scout, dann kommt das nächste, Draw a Card, da ziehe ich einfach von meinem persönlichen Kartenstab in eine Karte, habe jetzt so ein Horse, das ist nicht schlecht, damit kann ich 2 Felder mich weit bewegen, kann das abwerfen, dann haben wir es wahrscheinlich gegessen, weil dann wird der Hunger von einen Leuten um einen reduziert, verbraucht aber auch 2 Slots, das heißt, ich habe ja gerade schon 2, wenn ich die noch aufspiele, bin ich bei 4, dann kann ich nichts anderes mehr aufspielen. Ich habe zum Beispiel noch so eine Rifle, damit kann ich eben auch wieder in Long Range, kann eine Munition ausgeben, kommt eine 4 Munition ins Spiel und kann dann halt noch zusätzlich eine Munition ausgeben, um weitere im Ziel 4 Schaden zu machen, das ist schon nicht schlecht. Boah, ich würde sagen, nachdem ich jetzt das alles gemacht habe, kann ich jetzt überlegen, was ich gerne tue, man kann zum Beispiel als Aktion, Move on Space, Draw a Card, Play a Card, Take a Card, Action oder Scaven, das heißt, ich könnte jetzt einfach sagen, okay, als erstes möchte ich den Hut aufspielen, wäre jetzt ein bisschen doof, damit kriege ich 3 Leben wieder, ich habe den auch nur einmal, ich könnte erstmal sagen, diese Hollow Points, die kann ich auch später spielen, ich gehe jetzt erstmal hier lang und erkunde jetzt dieses Teil und habe jetzt gleich einen Tunnel gefunden. Da steht jetzt drauf, Action, Move to another, reveal Tunnel-Teil, das heißt, wenn wir jetzt irgendwo noch einen anderen Tunnel finden, kann man mit einer Aktion, mit jeder anderen Tunnelwehr einfach da hingehen, das ist schon nicht schlecht, das Spiel dann so grundsätzlich vom Aufpass müssen dann Burger Brust, bei Burger Brust wäre es erfahrungsgemäß so, der andere Tunnel würde irgendwie hier oder hier liegen, mal gucken, wie das hier so ist. Das war jetzt eine von meinen 4 Aktionen, das heißt, ich kann jetzt überlegen, was ich noch weitermache, ich könnte jetzt einfach sagen, okay, ich möchte einfach weiterlaufen mit der zweiten Aktion im Gehirn, gucken, was da passiert, da habe ich eine Police Station. Bei Reveal kann ich free scavengen, das heißt, ich kann einmal diesen Kartenstapel dadurch suchen und ich suche halt immer den blauen Kartenstapel, wenn ich hier so eine Scavenge Action mache, das heißt, das kann ich jetzt einmal für umsonst machen, also gucke ich hier bei den blauen Karten und habe Food gefunden. Food ist nicht schlecht, weil wir haben halt Hunger, weil wir länger nichts essen, das ist gar nicht so gut, kann ich erst mal meine Hand nehmen, zwei, das waren zwei Aktionen, als dritte Aktion könnte ich jetzt sagen, okay, ich möchte gerne einfach nochmal scavengen, dann könnte ich jetzt wieder von diesem Kartendeck eine Karte ziehen, hätte jetzt spare Parts gefunden, das ist nicht schlecht, weil die könnte ich entweder aufspielen, um eine Karte vom Ablagestapel wieder zu holen, was nicht schlecht ist, gerade wenn es nicht Munition ist, so die Spiele, wir brauchen aber auch zwei Spare Parts, um hier in die Military Base zu kommen. Ich könnte jetzt auch einfach sagen, okay, ich gehe nochmal einen weiter, gucken, was hier so ist, da haben wir eine Farm gefunden. Beim Reveal einmal Free Scavenge und ich kann dann vom grünen Deck ziehen, das grüne Deck ist das Food Deck, das heißt, da ziehe ich jetzt von hier eine Karte, habe einmal Ammunition gefunden, das ist nämlich gut, Fully Reload a Weapon, damit ist mein Zug zu Ende, ich habe zwei, vier, sechs, acht, neun Karten aufhand, also das ist noch alles gut, sprich, bevor der andere Spieler dran ist, kriege ich jetzt erstmal Schaden, was ich jetzt natürlich komplett vergessen habe, ist das Monster, das ich hier liegen habe, der hätte ich einfach mal draufballern können, habe ich nicht gemacht, das heißt, der hat zwölf Leben, macht mir jetzt drei Schaden, also gehe ich auf 25 runter, das war mir natürlich Absicht, weil ich natürlich meinen tollen Hut, den ich habe, so effizient wie möglich spielen will und mich damit auch in drei heilen möchte. So, jetzt ist der Mitspieler hier dran, der Fireman, hat auch wieder so ein paar Kartenaufwand, den habe ich vorhin nicht gespielt, deswegen kenne ich da die Karten gar nicht, Chris Elkett, ja, ist halt ein guter Feuerwehrmann, Feuerdöcher, Stun all Monsters, so eine Stun-Karte ist immer nicht schlecht, man kann sagen, hier ist Monsters gestunnt, ich behalte es zwar, aber es macht nichts diese Runde, der hat elf Leben, er kann halt immer als Aktion einfach zwei Schaden machen, das heißt, er könnte alle seine Aktionen aufwenden, dann hätte er doch drei Leben, das wäre vielleicht gar nicht so gut, hat aber auch nichts, womit er groß Schaden machen kann, das heißt, er könnte einfach sagen, okay, er spielt vielleicht einmal hier diese Stun-Karte aus, das heißt, bevor er irgendwas macht, zieht er erst mal eine Karte, First Aid Kit, dann will er nicht, also spiele ich diesen Feuerwehrdöcher, damit kann er jetzt einen Monsters dann, bevor er das Spiel jetzt irgendwas macht, muss er erst mal hier einen Monsters spawnen, so sechs, eine Sechs haben wir zweimal, das heißt, es kommt jetzt auf beide Felder jeweils ein Monster, und dann wird eine Karte gezogen, den kriege ich sofort, sehr gut, also habe ich noch so einen Demolition Robot, ja, man kann übrigens auch immer die Gegner von anderen Leuten angreifen, das heißt, vielleicht sollte er hier gleich mal wieder zurücklaufen, dem hier helfen, der hat 15 Leben, wenn man ihn zerstört, ihn zerstört, macht er zwei Schaden, und der greift normalerweise mit vier an, aber wenn man sich nicht bewegt, dann greift er mit acht an, das ist schon ganz schön hart, er hier reduziert den Schaden auf alle Roboter in Range um eins, das ist also schon mal ein ziemlich schlechtes Setup, das heißt, wir haben gleich erst mal was zu tun, und müssen jetzt dagegen kämpfen, das heißt, ich könnte erst mal sagen, ja, erst mal könnte man sich jetzt hier bewegen, damit man das außer Funktion gesetzt hat, dann, die machen beide vier Schaden, jetzt, ich will jetzt einfach einen von beiden Stunnen, da werfe ich dann diesen Feuerlöscher ab, das heißt, ich könnte sagen, hier, der mit weniger Leben ist gestunnt, ja, und dann könnte ich sagen, ich wende drei Aktionen auf, um hier Schaden drauf zu machen, dann wird er jetzt sechs Schaden bekommen, und hätte damit quasi noch fünf Leben, die Würfe sind nicht dabei, die sind aus Eons End, da gab es so Special Packs, so Würfe, die man richtig absteigend, aufsteigend zählen kann, das heißt, das war der ganze Zug, das heißt, der greift jetzt nochmal an, und macht vier Schaden, damit bin ich dann quasi auf 28 runter, und am Ende meines Zuges bekomme ich jetzt einen Hunger, das heißt, auch der geht hoch auf zwei, wenn der irgendwann auf sechs ist, dann nehme ich übrigens auch diese Karte, drehe sie einfach um, und dann bekomme ich am Ende zu zwei Schaden, der Würfel war da drunter, vier Schaden, sechs Schaden, acht Schaden tot, das heißt, man muss sich immer zwischendurch darum bemühen, ein bisschen Essen zu bekommen, das war der ganze Zug, das heißt, wäre der Spieler hier wieder dran, würde einfach wieder zwei Würfel würfeln, eine neun, eine neun haben wir noch nicht, also es spawnt kein neues Monster, das hatten wir gerade in der Partie auch, da haben wir, glaube ich, fünf, sechs Runden gespielt, bevor wir das erste Monster gespawnt haben, wir ziehen eine Karte, Tactical Leadership, damit könnte ich irgendeinen anderen Spieler eine Aktion geben, ja gut, da ist da hinten auch ein Monster, das heißt, wenn ich jetzt da hin will, Monster holen, dann könnte ich halt würfeln, ob ich es schaffe, diesem Monster auszuweichen, der Feuerwehrmann ist da nicht ganz so gut drin, und ich habe hier selbst noch ein Monster, so, ich könnte jetzt zum Beispiel einfach sagen, Long Range ist ja immer zwei Felder, also ein, zwei, ich könnte jetzt auf den hier schießen, ich könnte sagen, ich mache so einen Focus Shot, also das heißt, ich könnte jetzt sofort diesen Focus Shot ausspielen, gebe jetzt hier eine Munition aus, mache dann, dass das draufsteht, sprich der, der eine von denen hier bekommt, jetzt fünf Schaden, damit wäre der hier tot, ne, wird dann einfach abgelegt, kann ich halt machen, weil eine Long Range sieht man ja zack zack, das heißt, hier entsprechend kann ich da drauf schießen, und damit ist der Focus Shot weg, ja, und dann könnte ich zum Beispiel noch so eine Rifle ausspielen, als zweite Aktion, die hat vier Munition, nur diese Spezial-Token sind eben auch, ich glaube wirklich so ein Kickstarter-Ding, wieder, wo dann auch hier Munition auf einer Seite abgebildet ist, und dann könnte ich mit der zweiten Aktion sagen, das ist auch wieder Long Range, ich werfe einen Token hier ab, um einem Ziel vier Schaden zu machen, das heißt, der hier hätte dann noch elf, und dann könnte ich halt als nächste Aktion, na, ich könnte vorher vielleicht sagen, ich spiele noch meinen Hut aus, dann mache ich nämlich mit diesem Hut ein Schaden mehr, also hat der jetzt auch schon noch zehn, und ich heile gleich wieder drei, das heißt, ich gehe wieder hoch auf 28, das war dann auch mein ganzer Zug, und den habe ich jetzt hier ausgespielt, ich bin noch bei eins, zwei, drei Gewicht, also alles easy, vier, fünf, hm, kann ich den Ranger Hot Dog nicht ausspielen, oder ich werfe so ein Ding ab, aber das will ich eigentlich nicht, also habe ich dann doch nur, ähm, hier sind Schaden weniger gemacht, dann behalte ich den auf der Hand, kann jetzt mal Handkarten damit überprüfen, und so würde man jetzt das ganze Spiel weiterspielen, also das ist, na, jetzt würden wir uns hier halt um diese Monster kümmern, ich würde jetzt am Ende meines Zuges drei Schaden wiederbekommen, bei denen er mir drei Schaden macht, das heißt, das hier geht auf 25 runter, mein Hunger würde um eins hochgehen, das heißt, wir müssen zwischendurch, also ich könnte jetzt auch zum Beispiel als Aktion einfach gleich sagen, ich bin auf der Farm, ich scavenge einmal, also ziehe hier eine Karte, habe jetzt hier Food bekommen, und als Aktion könnte ich später auch sagen, ich spiele das Food aus, reduziere meinen Hunger wieder um eins, ich habe hier noch ein bisschen mehr Food auf der Hand, das heißt, ich könnte einfach sagen, ich mache in einer Runde mal so richtig eine Sause, ein Fest mal, spiele lieber eine Karte aus, reduziere meinen Hunger um vier, das sorgt einfach nur dafür, dass man sich halt nicht ewig Zeit lässt, dass man eben auch ein bisschen gucken muss, dass man vorankommt, dass man eben auch mal nach Food suchen muss, da gibt es, keine Ahnung, ob da es Missionen gibt, die damit auch noch ein bisschen mehr arbeiten, wo man vielleicht weniger Food oder mehr Food hat, einfach um das nach vorne zu bringen, wie gesagt, ganz spannend ist eigentlich, dass wirklich jeder so ein eigenes Deck hat, der halt so eigene Spezialaktionen drin hat, da muss man jetzt aber sagen, das ist nicht so aufregend, wie diese Decks, zum Beispiel bei Sentence of the Multiverse, wo sich die Helden halt schon deutlich anders spielen, die er so was eigenes kann hier machen, also sind schon so ein bisschen anders, aber Feedback, auch was man so auf Bordet list zu diesem Spiel, ist einfach, ja, es ist sehr seich, man läuft einfach so rum, Regel ist relativ schlecht geschrieben, und also man kann das runterspielen, das ist so, also jetzt nicht das mega schlechteste Spiel, halt auch nichts super Aufregendes, das kann man gut haben, wenn man so dieses Apokalypse-Thema haben mag, ich finde es bisher auch tatsächlich besser, zum Beispiel Zombies, was ja auch so dieses hat, wir spielen gegeneinander und gegen das Spiel, was richtig doof ist, weil das kann dazu führen, dass es manchmal total bescheuerte Situationen gibt, hier kann man halt immer das Spielfeld irgendwie lustig aufbauen, kann verschiedene Teile reinnehmen, mit verschiedenen Gegnern, gegen die man kämpfen kann, hat halt im Grundspiel fünf verschiedene Helden, was gibt es dann noch, sechs. Genau, gibt halt noch so Dinge wie einen Mechaniker, oder so einen Veteran mit Hund, hat man noch so einen Sidekick dabei, und man kann wie gesagt hier nach und nach auch einfach so rumlaufen, die ganzen Teile erkunden, hier haben wir noch eine Gas Station, da hätte man so einen Free Scavenge, würde man halt mit Rot machen, hier hat man eine Factory, da würde man Monster auf alle angrenzenden Teile hinlegen, wenn man drauf geht, hier hat man ein Open Field einfach, da ist mal eine leichte Beute, wenn man das aufdeckt, zieht man Monster, legt das zu sich hin, wenn man seinen Zug darauf beendet, zieht man Monster, das ist also, man sollte nicht über offene Flächen rennen, hier hat man eine Desert, da wird einfach der Hunger, wenn man drauf geht, hier hat man City Street, da zieht man halt ein Monster, Steile sind auch mal nicht so gut, wenn man sich im Wald zu viel bewegt, dann zieht man auch mal ein Monster, und so weiter und so fort, hier wäre der Tunnel, das heißt, hier kann man einfach abkürzen, von da nach da, das wäre schon nicht schlecht gewesen, hier hat man wieder so ein Open Field, Prison, wenn man das aufdeckt, ist der Zug zu Ende, wenn man quasi reinläuft, dann fehlt immer eine Aktion, man kann hier aber nach allen möglichen Dingen suchen, und so weiter und so fort, Mountains, da zieht man einfach eine Karte, da wird man jetzt ein bisschen besser, Bandit Camp, das kann Equip, Geared, or Take 5 Damage, die rauben einen quasi aus, und so weiter und so fort. Ja, das war einmal das Spiel, so als grober Überblick, ja, werde ich wahrscheinlich auch so schnell nicht wieder spielen, ich glaube, wie meine Schuhe hat es jetzt auch gespielt, war jetzt so, okay, kann man spielen, muss man nicht, wird also wieder verkauft, dauert so 45 bis 90 Minuten, gesagt, lest euch, wenn ihr lustig seid, mal die Kommentare auf Boardweek durch, da gibt es einige, die sind begeistert davon, die meisten sagen eher, ja, spielmäßig spannend, müsst ihr euch selbst ein Bild von machen, aber ich glaube, zu diesem Spiel wird es wahrscheinlich im deutschen Bereich nicht so viele Infos geben, deswegen habt ihr jetzt immer so einen Überblick, das, wie gesagt, wird, also, es hat mich natürlich erstmal an Burger Bros erinnert, Burger Bros bietet aber natürlich deutlich mehr Tiefgang, ist auch wahrscheinlich das bessere Spiel, aber das muss man auch probieren, wenn ihr es auch habt und gespielt habt und total toll findet oder doof findet, wie auch immer, könnt ihr ja gerne einen Kommentar unter das Video schreiben, das war es von mir, wenn ich es kaufen möchte, darf ich es gerne machen, danke fürs Zugucken, bis bald und tschüss. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.